Der Männergesangsverein St. Michael hat zum Adventssingen in die Pfarrkirche eingeladen. Gemeinsam mit dem Kirchenchor, dem Chor der Volksschule und der Familienmusik Schneeberger gestalteten sie einen wundervollen Abend mit besinnlichen Liedern der Adventszeit. Hören wir ein wenig in diesen Abend hinein. Johannes der Täufer, schon schwimmelt den Chor, es sagt seine Stimme aus der Wüste hervor. Er ruft alle menschlichen Herzen jetzt an, den Weg zu bereiten fürs Land. Er ruft alle menschlichen Herzen jetzt an, den Weg zu bereiten fürs Land. So bringe Maria den göttlichen Gast, denn du als eine Jungfrau empfangen schon hast. O schenke uns Jesus das menschliche Heil und mach uns den Himmel zuteil. O schenke uns Jesus das menschliche Heil und mach uns den Himmel zuteil. Ja, wir sind da in der Pfarrkirche in St. Michael. Seit über 30 Jahren gibt es das Adventssingen des Männergesangsvereins in St. Michael. Ich habe den Opern vor mir. Was würden wir heute alles hören? Ja, wir werden heute, so wie, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren Lieder vom Männergesangverein, vom Kirchenchor St. Michael und von der Volksschule St. Michael hören. Und dazwischen wird uns die Familienmusik Schneeberger ein paar Stöckeln hineinspielen. Nach was für Kriterien werden die Adventlieder ausgesorgt für den heutigen Abend? Ja, wir haben heuer ein besonderes Jubiläum, 200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht. Und das ist ja das Friedenslied der Welt. Und genau unter diesem Thema Frieden auf der ganzen Welt wollen wir auch dieses Adventssingen heuer abhalten. Frieden auf der ganzen Welt, Frieden auf der ganzen Welt. Frieden auf der ganzen Welt, Frieden auf der ganzen Welt. 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 Sanse einige Nacht, ihr Menschen freut euch, ein Kind ist euch geboren, war ein Klang von Ehrenreich und auf dem weiten Feld die Hirtenhörte zahm. Sie lieben vorne noch ein Bild, entschaffen wir zum Stall. Doch die Tür bleibt mir verstoßen, und mein Blüte hat kein Mann. Überall werd ich verstoßen, und zwar schon beim Unkernach. Ach, es lasst sich niemand stören, und die Tore sind schon zu. Sieh kein Bürger mehr das stören, in der Arbeit ohne Lut. Wohin soll ich dich begeben, der ich hier verstoßen bin? Wer wird mir ein Auskunft geben, dass ich weiß, wo aus wohin? Gott sei tot, dort in der Ferne zeigt sich ein Hof der Stahl. Doch die leidet mich, o Sterne, denn ich hab kein andre Fall.